Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Everybody was Kung Fu Panda. Ich singe mal wieder im Podcast, alle freut es oder vielleicht auch nicht. Bitte schaltet nicht aus, bleibt hier, denn ich bin nicht alleine. Stu ist auch hier, ich werde ihn gleich vorstellen. Und wir besprechen heute Kung Fu Panda 4, der am 14. März in deutschen Kinos anlaufen wird. Hallo Stu, sag doch bitte mal kurz Hallo und lenk alle ab von meinem Gesang. Wieso tust du sowas? Hättest du mich doch wenigstens warnen können. Geht es deinen Ohren noch gut? Liebe Stocker, ich mag dich ja wirklich gerne, ja, so als Podcast-Partnerin, ja, oder so. Aber sei mir nicht böse, das mit dem Singen sollst du sein lassen. Sorry, sorry. Okay. Ich verstöre ungern deinen Traum, aber das wird nichts mehr. Okay, mit Singen soll ich sein lassen. Ich versuche mal, ob ich podcasten kann und dann kannst du mir auch gleich sagen, ob ich denn, wenn ich schon nicht singen und nicht podcasten kann, vielleicht wenigstens gucken kann. Und zwar mindestens Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda 4 ist ein Animationsfilm, schon der vierte Teil in der Reihe. Richtig, genau. Ist ab sechs der vierte Teil und ist von Mike Mitchell gemacht, der auch schon Lego Movie 2 und Trolls gemacht hatte. Lego Movie 2 war solide. Trolls fand ich eigentlich ziemlich geil damals, aber auch vom Look vor allen Dingen her. Mit Look kann ja Kung Fu Panda nicht so wahnsinnig viel pumpen, nicht so experimentieren wie die Trolls, würde ich jetzt mal sagen. Was ich über Kung Fu Panda noch weiß, ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen tatsächlich, dass Poe die Hauptfigur von Jack Black gesprochen wird. Um was geht es denn dann in Teil 4 eigentlich? Nun, also die großen Kung Fu Panda-Fans wissen natürlich, dass Poe schon längst der Hüter seines Dorfes ist. Der Drachenkrieger quasi. Und jetzt im vierten Teil wird er damit konfrontiert, dass er diese Aufgabe abgeben muss, denn er muss sich weiterentwickeln. Und das möchte er aber nicht. Da kommt es dann ihm ganz gelegen, dass ein neuer Widersacher auftaucht, nämlich das Chamäleon. Das versucht, die größten Kung Fu Meister der Welt zu imitieren, um halt eben, ja, was so Bösewicht halt machen. Der alles zu bekommen, größer zu werden, böser zu werden, alles Geld zu bekommen. Es hat eine Bösewichtin, muss man sagen. Und ja, Poe wandert dann zusammen mit der Füchsin Sen zum Chamäleon und sagt dann so, Chamäleon, hör mal auf. Ist nicht so cool, was du machst. Das ist im Grunde die Geschichte von Kung Fu Panda 4. Und ja, ich habe ein paar Sachen ausgelassen und ein paar Sachen verkürzt. Und die Chamäleon sagt dann, klar, mache ich, wenn du das sagst, höre ich auf damit, oder? Ja, ja. Der Film geht übrigens drei Minuten. Der Film geht 90 Minuten. Also ist jetzt nicht Überlänge, ist solide für einen Kinderfilm, kann man machen. Okay, das klingt ja, weiß ich jetzt nicht. Also wo du schon gesagt hast, Poe möchte sich nicht weiterentwickeln, da muss ich dran denken, das klingt genauso wie Teil 1 auch. Ist das einfach nur, sind alle vier Teile immer die gleiche Geschichte in einem neuen Gewand? Oder kann Teil 4 jetzt irgendwie überraschen? Ich oute mich mal, dass ich auch nicht der allergrößte Kung Fu Panda Experte bin. Ich habe nichts gegen die Reihe. Ich muss sogar sagen, ich glaube, es ist der zweite oder dritte, wo die Reihe sogar mal ein paar harte Themen angesprochen hat. Zum Beispiel Genozid, natürlich kindgerecht, das sollte ganz klar sein. Muss aber auch sagen, ich habe jetzt in den letzten acht Jahren seit dem dritten Teil jetzt auch nicht wirklich auf den vierten Teil gewartet. Und jetzt ist er halt da und er ist halt von Dreamworks und Universal und die hatten ja zuletzt mit diesem, der geschilderte Kater 2, für mich ja einen richtigen Überraschungserfolg, weil der Film wirklich unglaublich kreativ und auch ein bisschen was anderes gewagt hat als nur 115 Stoff. Und hat er gehofft, dass Kung Fu Panda vielleicht in eine ähnliche Kerbe geht und das gleich gesagt, nein, der Film ist Business as usual, um es ganz böse auszudrücken. Das heißt, wenn ihr Kung Fu Panda 1 bis 3 gesehen habt und die mögt, dann werdet ihr vermutlich auch einen Spaß haben mit Kung Fu Panda 4. Das ist wahrscheinlich wie eine Tiefkühlpizza von Aldi. Da weiß man, was man hat. Ist jetzt aber auch nichts wahnsinnig Geiles. Ja, also ich möchte jetzt nochmal sagen, ich habe nichts gegen Tiefkühlpizza, egal ob von Aldi, Lidl oder Netto. Ja, richtig gut. Aber die Profis nehmen halt so eine Tiefkühlpizza von Aldi, Lidl, Netto und machen noch irgendwie was drauf. Extra Toppings oder sonst was. Und das macht dann eine Tiefkühlpizza zu einer besonderen Tiefkühlpizza. Ja, oder du kaufst dir halt eine gute Tiefkühlpizza. Also ich habe auch nichts gegen Tiefkühlpizzen, aber wenn ich jetzt so eine Billow-Marke, die gut sein kann, oder ich gönne mir halt, okay, ich sage jetzt nicht welche Marke, weil wir wollen ja keine Schleichwerbung, außer ihr lieben Tiefkühlpizza-Marken da draußen. Ihr wollt diesen Podcast sponsern, schreibt es uns gerne an, dann könnte hier eure Werbung stehen oder gehört werden. Ja, bitte, schreibt es uns gerne an. Sorry. Es ist interessant, dass wir in einem Film mit einem asiatischen Setting über die italienische Tiefkühlpizza reden. Das finde ich sehr interessant. Ja, ihr könnt auch gerne, auch ihr asiatischen Filmen könnt es auch gerne anschreiben. Du hast gesagt, du hast kurz an der gestiefelte Kater gedacht, weil es eben der letzte Film war, den ich übrigens auch ziemlich geil fand. Thematisch geht ja auch um Panikattacken und Angst vorm Tod und sowas. Aber der ist ja auch stilistisch ultra geil, der gestiefelte Kater. Ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, als ich über Trolls geredet hatte. Ist denn Kung-Fu-Panda stilistisch oder optisch? Machen die da irgendwelche Experimente? Nein, leider überhaupt gar nicht. Der Film, also er ist ein bisschen experimenteller vom Look her als die anderen Kung-Fu-Panda-Filme. Aber wenn man halt überlegt, wie der gestiefelte Kater, was da abgegangen ist, ist Kung-Fu-Panda 4 relativ, in Anführungszeichen, normal. Also er ist weit davon entfernt, dem Kater gefährlich zu werden in Sachen Kreativität. Und wir müssen auch gar nicht darüber reden, dass der nicht mal ansatzweise in die kreativen Gefilde eines Into the Spider-Verse reinragt. Das ist wirklich, wie ich schon sagte, Business as usual. Das ist gut gemacht. Die Animationen sind sauber, da steckt viel Geld drin. Ich bin auch immer ein großer Fan von, ich weiß nicht, von diesem Fell. Also ich sehe diesen Po und denke mir immer so, ich bin zwar ein erwachsener Mann, aber wenn er sagen würde, komm knudel mich, würde ich nicht nein sagen. Ja, da muss ich daran denken, wie am Anfang der Animationsfilme, wie es dann immer hieß, ja, für Monster AG haben wir für das Fell von, wie hieß es, von Sully, haben wir drei Millionen Computer abgestellt, die das dann in 30 Monaten langsam rausgerendert haben, jedes einzelne Haar. Oder bei Merida von Pixar, wo es auch extra, wo sie extra, was weiß ich, was sie da entwickelt haben, um ihr Haar wirklich so darzustellen, wie es ist. Also da finde ich immer, finde ich immer fasziniert, wie weit sich da alles entwickelt hat. Ja, also ich, also der Film ist halt, technisch ist der gut, da lässt sich nichts drüber sagen, also der ist halt wirklich, von der Technik her, ist der wirklich gut umgesetzt, aber das eine ist die Technik und das andere ist die Kreativität und bei der Kreativität finde ich zumindest, dass der halt keine besonders hohen Sprünge macht. Und die, es geht ja auch um Kung Fu, wie sieht denn da die Action aus? Sind das geile, geil inszenierte Kämpfe dann, wenigstens? Es gibt eine Szene, wo im Grunde eine geile Idee drin steckt, nämlich es gibt eine Action-Szene, eine Kampfsequenz in einem Wirtshaus und dieses Wirtshaus steht wirklich auf so einem Gipfel. Das heißt, wenn die Leute oder die Gäste zu weit nach links gehen, kippt das ganze Haus nach links, wenn sie zu weit rechts gehen, kippt das Haus nach rechts. Und das war an und für sich eine richtig tolle Idee, aber sie machen nicht wirklich was draus. Sowieso muss ich sagen, die Action, ich meine, man darf nicht vergessen, es ist ein Kinderfilm, also ein Kinderfilm ist nicht gesagt, aber ein Film für die ganze Familie. Das heißt, die Action ist jetzt nicht so wirklich wuchtig, dass du jetzt wirklich das Gefühl hast, du siehst, es ist wirklich ein Martial-Arts-Film. Aber ich finde halt, dass der Film erstaunlich viel Action präsentiert, aber diese gesamte Action ist meines Erachtens oftmals sehr austauschbar. Also ich kann mich jetzt, ich habe den heute gesehen und wir nehmen das ungefähr vier Stunden auf, nachdem ich aus dem Kino komme und ich kann dir bis auf diese eine Wirtshaus-Szene auch keine Action-Szene mehr wirklich jetzt nacherzählen, weil die alle okay sind, aber da fehlt mir persönlich das gewisse Etwas. Okay, aber es ist dir auch nicht negativ aufgefallen, das muss man ja auch immer bedenken dann. Waren denn in deiner Pressevorstellung, waren da auch Kinder mit dabei? Ja, waren Kinder dabei, ich muss sagen, während des Films waren die erstaunlich leise, ich finde das immer ganz schön, wenn du so Kinderfilme hast und es sind auch Kinder anwesend, weil, seien wir ehrlich, weder du noch recht gehören zum Zielpublikum. Och, ich bin, ich mag Animationsfilme sehr gerne, klar, ich bin nicht das Kern, doch, doch, Moment, ich glaube bei Animationsfilmen, man sieht es auch an der gestiefelten Karte und so, die wollen schon auch die Eltern ansprechen, die mit ihren Kindern dann da reingehen. Klar, es gibt Eltern, die gehen nur rein, weil sie mit ihren Kindern eben irgendwas gucken wollen, also damit die Kinder irgendwas zum Gucken haben, aber ich gehe schon auch rein, weil ich Animationsfilme sehr gerne mag. Ja gut, mach eben meinen Ansatz zunichte. Zerstört, zerschmettert. Nein, also aus meiner Perspektive war es erstaunlich leise im Kino, also ich habe die Kinder jetzt nicht besonders laut lachen gehört, aber als dann nachher nach dem Film gefragt wurde, fanden die ihr, fanden sie ihn halt ganz, ganz toll. Äh, von daher, ja, ich, ja, ich weiß nicht, du musst auch manchmal bei Kindern, also Kinder ist klassisch, wie war's, gut, also, weiß jetzt nicht, ob die da direkt sagen würden, wie sie ihn fanden, aber, wenn du das ansprichst, soll der Film, ist der Film dann lustig? Oder soll er lustig sein? Er hat eine Paarung, die ich so lustig fand, oder, oder so amüsant und so sympathisch, dass ich mich fast geärgert habe, dass der Film sie nur hin und wieder zeigt, nämlich, ähm, Kung Fu Panda Fans wissen es, Po hat jetzt quasi zwei Väter, er hat ja einmal diese Ente, dieser, wie hieß er, Mr. Ping, der einfach großartig ist, diese, ich liebe diese Figur, und er hatte noch seinen, also seinen biologischen Vater, diesen, äh, der heißt Lee, gesprochen von Brian Cranston, im Original, und die machen sich eben auf die Suche nach Po, also, die laufen ihm halt quasi nach, um ihm zu helfen, und das ist so ein schönes Couple, diese beiden Väter, das ist so sympathisch, charismatisch und auch wirklich amüsant, dass ich wirklich jede Szene mit denen genossen habe, das sind jetzt keine Szenen, die umwerfend witzig sind, aber die haben irgendwie einfach so eine gewisse Chemie, diese, diese, diese Ente und dieser alte Panda, ähm, hätte ich mir wesentlich lieber mehr davon angesehen, als von Po's Abenteuer, wenn ich glaube ich. Ja, okay, den, den Panda, den kenne ich dann noch gar nicht, die Ente kenne ich, weil die taucht natürlich im ersten Teil schon auf, aber den Panda noch nicht. Okay, da du es schon ansprichst, Brian Cranston spricht den, den alten Panda, wir haben hier im Original, Synchronstimme, Jack Black, wir haben, Chameleon wird gesprochen von Viola Davis, Meister Shifu zum Beispiel von Dustin Hoffman, aber, wie heißt sie, Zen, die, äh, die Füchsin, wird gesprochen von Aquafina. Aquafina, ähm, hab ich gehört, ist ja nicht für jeden als Synchronsprecherin, vor allem in Ariel, als sie da, da spricht sie ja, wie heißt der Vogel, Scully, Scurry? Scuttles, glaube ich. Scuttles, ähm, der dann auch einen eigenen Rap-Song bekommt, ich fand das sehr witzig, ich konnte das genießen, ich fand's einfach total albern und überzogen, mir hat das Spaß gemacht, sie hat ja eine sehr kratzige Stimme und Rap dementsprechend auch nicht gut, aber das hat für mich zu der Rolle dazugepasst, dadurch ist sie aber bei manchen Leuten so ein bisschen, also da wurde sich drüber lustig gemacht, und sie hat ja jetzt auch bei hier, wie heißt der Film mit den Enten, den haben wir ja auch besprochen, raus aus dem Teich? Äh, raus aus dem Teich, ne? Genau, da spricht sie ja so eine kleine Taube, da weiß ich gar nicht, wie sie angekommen ist, aber wie hast du sie denn, im Moment, du hast den Film auf Deutsch gehört, ne? Ja, ich hab, weißt du, du hast, du hast meinen Ansatz verschuldet, das ist natürlich dein Ansatz, genau. Ja, Mist, okay, du kannst einfach gar nichts drüber sagen, wie Aquafina war, schade. Es tut mir leid, nein, ich kann dir wirklich, ich kann dir nur sagen, dass die deutsche Synchro, da ist es halt Harpe Kerkeling, der den Po spricht, wie seit dem ersten Teil auch. Der macht einen guten Job, ich muss aber ehrlicherweise sagen, wenn du halt im Original Jack Black hast, ist es schon eine ganz andere Turnierung und eine ganz andere Art, wie diese Figur funktioniert. Ich finde, die deutsche Synchro ist echt okay, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass so ein paar Figuren so ein bisschen hinter den Erwartungen, oder meinen Erwartungen zurückbleiben. Gott sei Dank nicht James Hong, also im Original ist es ja die Ente, den Michael Pan spricht, Mr. Ping, der ist großartig. Und vielleicht liegt es auch deswegen daran, wegen den deutschen Stimmen von diesem alten Bären und dieser alten Ente, weil die Stimmen funktionieren für mich. Aber ich weiß nicht, Aquafina, die deutsche Stimme wird jetzt hier, glaube ich, Marie Hönig heißt die werte Frau. Die machen alle einen guten Job, aber mir persönlich, weiß nicht, so ein Aquafina hast du schon gesagt, die hat eine ganz besondere Stimme, die hat etwas Kratziges, die hat etwas sehr Eigenes. Und das kommt mir nicht so richtig raus in der deutschen Fassung. Okay, ja, es ist, also ich muss ja mit meinen Kleinen hier andauernd Frozen gucken auf Deutsch, also die Eiskönigin. Und da ist Harpe Kerkelin, ich finde Frozen ja gar nicht so doof. Ich finde tatsächlich auch den... Trotzdem mein Beileid. Ja, es ist natürlich Beileid immer, wenn man Filme mehrmals gucken muss, weil ich gucke sie gerne zusammen mit den Kindern. Und da spricht Harpe Kerkelin ja Olaf in der deutschen Synchro und da, finde ich, passt der sehr gut. Da mag ich ihn sehr gerne und im Original wird er ja von Josh Gadd gesprochen. Und da finde ich die... Ich mag beide Synchronsprecher da sehr gerne und die passen auch gut zusammen. Aber wie du dann sagst, Jack Black und Harpe Kerkelin, Harpe Kerkelin, ist natürlich, kann man nicht direkt vergleichen. Und vielleicht ist, darf man die auch nicht vergleichen und nimmt dann Harpe Kerkelin eben als Harpe, wie er ist und nicht als... Und guckt sich dann den Film nochmal im Original an und das ist dann einfach ein ganz anderer Film vielleicht als... Also ich würde Kung-Fu-Paner sofort 10 von 10 geben, wenn Po dann da steht und singen würde, Witzigkeiten, keine Grenzen. Da würde ich sofort 10 von 10 geben. Schlagkräftigkeit, kenne keine Grenzen. Genau. Kenne keinen Padong. Okay, haben wir hier noch irgendwas über Kung-Fu-Panda zu sagen? Okay, würdest du denn in deinem Fazit sagen, dass dein junges Ich, der Film ist übrigens ab 6 freigegeben, dass dein 6-jähriges Ich Spaß an dem Film gehabt hätte? Das ist eine harte Frage. Ja, ja klar, ich glaube schon. Weil der ist halt bunt, der ist kurzweilig, da ist immer was los. Da gibt es sehr viele Figuren, die auch schön bunt sind und halt eben auch lustig. Aber jetzt ist es halt so, dass nicht mein 8-Jähriger oder 6-Jähriger Stu den gesehen hat, sondern mein 40-Jähriger Stu. Ja, und der ist jetzt natürlich auch, also die Film-Kadrierung ist nicht so schön und es gibt keine Experimente in dem Film. Und ich hätte lieber mir nochmal Hereditary angeschaut. Du, Hereditary mit dem Panda, da wäre ich sofort dabei, kann ich dir mal sagen. Nein, also der Film ist okay. Ich muss sagen, dafür, dass die Vorgänger, wie ich schon gesagt habe zu Beginn, von der Geschichte her noch ein bisschen was gewagt haben, ist er sehr mutlos. Also es wirkt auch so ein bisschen so, nach 8 Jahren, komm, Konku Panda war halt immer sehr erfolgreich und wir von Universal und DreamWorks, wir brauchen mal ein paar Euro mehr in der Portokasse, lass mal den 4. Teil jetzt machen. Es ist ein sehr auf Sicherheit spekulierter Film, das merkt man einfach. Der ist nicht verkehrt, ich glaube halt, wenn du mit deinen Kids da reingehst, hast du auch jetzt keine schlimme Zeit, aber vermutlich haben ja den Kids dann doch mehr Spaß als du, sei es drum, deswegen bist du ja älter. Ich für meinen Teil, ich habe ihn jetzt gesehen, ich muss ihn mir nicht nochmal ansehen, aber ich bin ja auch nicht der große Konku Panda Fan. Wenn du da wirklich Fan von der Figur Po bist, weil er halt süß und knuddelig ist, dann go for it, dann wirst du auch mit dem 4. Teil Spaß haben. Der bietet viel Karacho, der bietet viel Knuddeligkeit, aber ihm fehlt irgendwie, finde ich, so ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich weiß noch, wie wenig Erwartung ich hatte bei Puss in Boots 2, also Geschirr mit Kata 2 und war so hin und weg von dem Film, weil der so viel geboten hat, nicht nur von seiner Inszenierung, sondern auch was er erzählt oder worüber er erzählt. Und verglichen mit Kung Fu Panda 4 ist Puss in Boots 2 so viel kreativer, so viel eigener, so viel schöner, so viel erinnerungswürdiger. Und deswegen, ja, Kung Fu Panda 4 ist kein schlechter Film, aber er ist mir persönlich halt nur unglaublich egal. Okay, aber deinem 6-jährigen Ich wäre vielleicht nicht egal gewesen und vielleicht ist das hier die Hauptaussage, die wir mitnehmen können. Der hätte definitiv auch lieber Predator gesehen. Okay, ja, dann, äh, was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, Stu ist nicht zufrieden, aber ihr Eltern mit Kindern, ihr könnt da ruhig reingehen, ihr macht mit dem Film nichts verkehrt. Ey, schau mal, schau mal, nichts verkehrt zu stehen. Wenn ihr keine Kinder habt und trotzdem Bock auf den Film habt, geht rein. Also ich, ne, ich, also ich, ich möchte euch jetzt hier nicht das zu verhängendes machen, wenn ihr Kung Fu Panda mögt. Also ihr müsst keine Kinder haben, um ihn zu gucken. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch Lust, den zu gucken. Also ich finde, du hast jetzt nicht gesagt, dass das eine absolute Katastrophe ist, sondern dass man sich den angucken kann und deswegen... Ja, natürlich hast du Bock, den zu gucken. Ich meine, da geht es um einen süßen, kleinen, knuffigen Kerl. Das ist ja auch der Grund, warum wir einen Podcast machen. Ja, wahrscheinlich müsste ich erstmal Kung Fu Panda 3 nachholen. Ich glaube, ich habe die ersten beiden gesehen mittlerweile und dann, damit ich auch diesen Vater kennenlerne und dann gucke ich mir Kung Fu Panda 4 an, aber im Original dann, weil ich eben Lust auf die originalsynchronen Stimmen dann habe. Für meine Kinder ist er noch nichts, die sind nämlich noch kleiner als sechs, aber so oder so, danke ich dir lieber Stu für die Besprechung. Wenn ihr noch weitere Besprechungen mit Stu hören wollt, dann hört einfach in irgendeine vom Tele-Stammtisch rein, denn dort ist Stu, glaube ich, zu 97% überall dabei. Ich bin vielleicht bei, keine Ahnung, bei 27% dabei. Die findet ihr alle auf tele-stammtisch.de und den Podcast, unseren Podcast generell findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt gerne Feedback hinterlassen, Likes, Kommentare oder kleine Tiefkühlpizzen könnt ihr uns auch schicken. Die sind nur nicht so lange haltbar, wenn man sie nicht tiefkühlt. Das heißt, ich würde da vielleicht nochmal drüber nachdenken. So oder so, schaut gerne auch auf Social Media vorbei. Auf Social Media findet ihr mich auch. Kleiner Werbeblog hier. Schlogger ist der Künstlername. Schlogger.de, Schloggershop, Social Media, The Schlogger gibt es mich. Stu, gibt es dich denn auch nur beim Tele-Stammtisch oder findet man dich noch woanders da im Netz draußen? Mich gibt es noch bei Letterboxd. S-T-U-4-J-O-U, glaube ich. Stu4U. Genau. Stu4U, genau. Außerdem bin ich bei MovieReback aktiv und außerdem sind wir beiden Hübschen ja noch bei Schocker mit Schlöcker unterwegs. Oh ja. Wo jetzt auch am 13. März die neue Folge rauskommt. Am 13. März um 13.13 Uhr reden Schlogger und ich über Sleepaway Camp. Und ich möchte nicht angeben, aber es ist unsere bislang beste Folge. Denn für die, die es nicht wissen, ich hasse Horrorfilme. Stu zwingt mich dazu, Horrorfilme zu gucken und danach sprechen wir drüber. Es war deine Idee, Frau Lein. Moment mal, es war deine Idee, das zu machen. Okay. Jedenfalls, so oder so, hört mal in Schocker mit Schlogger rein. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und bei Letterboxd könnt ihr auch dem guten Stu und das Stu4U folgen. Der hat nämlich alle Filme gesehen, die im Kino ja laufen. Also falls ihr euch irgendwie informieren wollt und ihr wisst ja, wie sympathisch und gut, der man Filme bewerten kann, folgt ihm da doch einfach. Dann wisst ihr gleich, was Sache ist. Und was auch Sache ist, ist, dass dieser Podcast jetzt hier zu Ende ist. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Ich freue mich drauf. Tschüss. Ich habe jetzt voll Bock auf Tiefkühlpizza. Das ist schlimm. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.